Video. Es ist klar, dass viele Wörter falsch geschrieben werden, aber ein Wort sticht da besonders raus. Und zwar Video. Es schreiben so viele das Wort Video falsch und das löst in mir eine kleine Explosion aus. Bevor wir aber anfangen, muss man unterscheiden zwischen lustigen Trolls und einfach Spacken. Es gibt sehr viele Varianten, dieses sehr einfache Wort doch falsch zu schreiben. Video. Wiedeo. 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 Und ihr merkt, es gibt viele Varianten, es falsch zu schreiben. Ist es so schwierig, Video richtig zu schreiben? Ist es so schwierig?